Und ich bin so schnell wie es geht zurückgekommen, hab so schnell wie möglich den Aufnahme-Button wieder gedrückt. Denn... ...unser Sieg über die Trolle, ich knall! Reicht alles ein! Wodka, du musst... ...nachher wieder hier hinlaufen. Ein Spieler der Nacht und hier! Da soll ich nur wie ein Pfeil! Wohin soll ich gehen? Freunde, zu den Bögen! Ja! Sofort! Ich höre! Hier! Befehlt! Endlich sind die Trolle besiegt. Was ist in den Truhlen? Ha! Ich wusste es! Das ist Druide! Adamantium-Splitter! Krieger! Dadamantium-Splitter! So, jetzt können wir die fehlenden Einheiten endlich einordnen. Die Druide kostet immerhin 100 Lenya. Ich weiß nicht genau, was sie bringt, aber... Ja, der Krieger ist auch ne gute Einheit. Ich glaub, der hat... Auf mein Zeichen! Hat der ne Doppel-Axt, war der das? Geborstene Zwergen-Axt! Und los! Was hat Frang noch für mich? Schwefelkopf und gelber Speiling! So! Er folgt mir! Dann schlag ich jetzt den Weg hier unten frei und rede dann mit dem Einsiedler! Und los! Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. Wohin soll ich gehen? Druide! Magierin mit einer Robe und einem Zweihandstab. Zauber Aura der Heilung! Aura der Heilung! Also praktisch eine verbesserte Heilerin! Zu euren Diensten! Zu Befehl! Das klingt doch gut! Steinlinge müssen noch weg! Ich höre! Weit auf der Hut! Wow! Sehr prachtvoll! Befehlt! So, hier kämpfen wir mal eben das Lenya vorkopffrei! Auf mein Kommando! Zur Ehre Aonis! Schnell! Sofort! Irgendwo war hier auch noch ein Lager der Steinlinge. In die Schlacht! Hier oben! Mir nach! Folgt mir! Sogar die Steinlinge haben ein Lager. Was soll ich fest an? Befehlt! In Windesein! Was soll ich tun? Befehlt! Auf mein Kommando und los! Oh ja! Viele Steinlinge! Oh ja! Was wünscht die Rune? Alles klar! Oh ja! Viele Steinlinge! Hier! Sofort! Rückzug! Auf mein Kommando! Die Rune bezieht! Zur Ehre Aonis! So Malvarin! Haltet sie auf! Oh ja! Das ist so viele! Verstärkst die Deckung! Die Rune bezieht! Die Rune bezieht! Sie sind so viele! Verstärkst die Deckung! Schuhe bereit! Die Erbe an! Die Erbe an! Gott, wie viele das denn? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wow! Mir nach! Ich wünsche die Rune sofort ausgebildet! Ich gehe schon mal weiter, denn ich muss hierhin, um mit dem Einsiedler zu reden. Los, Schwestern! Ja, wir haben eigentlich fast alles auf dieser Merk getan. Unverzüglich! Im Prinzip fehlen mir jetzt nur noch drei Quests. Drei. Soweit ich weiß. Unverzüglich! Geht ihr mal weiter den Weg. Und du gehst zum Einsiedler. So in einer Minute solltest du da sein. Ich höre! Ich weiß nicht, ob die Quest Buggy ist. Das sah gerade fast so aus. Ich konnte ihm nur den Eisen geben, aber... So, jetzt haben wir die Möglichkeit, 80 Einheiten zu bauen. Das absolute Maximum. Das baue ich dann an. Darauf greife ich dann noch gleich mal zurück. Ah, ein Urwald auf einer Seite. Der Meister Holzfäller kommt wohl nicht hinterher. 13.000 Holz, 13.000 Steinen. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Das ist ja... Mein Bogen für die Runde! Gott, ey, das ist ja... Ich bin auch kampfbereit. Ich bin auch kampfbereit. Ich glaube, der Einsiedler wollte die ganzen Pilze. Ich glaube, für ihn ist das... Tvorsnick. Hallo, Tvorsnick. Mit deiner Mond-Silber-Halle. Eine ganze Halle für einen Zwerg. Der muss viel Platz haben. Viel Beinfreiheit. Ha, 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 ha. So, ich will ein Schild von dir. Glaube ich. Geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ah. Seid ihr Tvorsnick? Ich hörte, ihr besitzt ein gutes Schild. Nein, tue ich nicht. Und wenn es so wäre, was geht es euch an? Ich habe ganz andere Probleme. Und was für welche? Und die wären? Seit Tagen versuche ich, einen wirksamen Gifttrank zu brauen. Doch mir fehlen die wichtigsten Zutaten. Wenn ihr sie mir allerdings besorgen könntet... Welche sind das? Nennt mir die Zutaten und ich werde sie euch bringen. Es sind sieben der stärksten Giftpilze. Schwefelkopf, Giftstacheling, roter Waldling, weißer Röhrling, gelber Speiling, Magenkrempling und Elfenspreizling. Hm, ich habe all diese Pilze bereits. So, dann lasst mal sehen. Der Magenkrempling ist die wichtigste Zutat. Er fehlt. Hm. Kommt erst wieder, wenn ihr mehr... Wo soll er in der Mitte der Magenkrempling sein? Da! In dieser Kiste? Wo soll der Schlüssel dafür sein? Hier bin ich. Marschieren los. Auf geht's. Na. Mit festem Schritt voraus. Vielleicht soll ich nachher nochmal mit ihm reden. Vielleicht hat er irgendwas für mich. Dann kehre ich zu diesem Elfentrupp zurück. Oder habe ich den Schlüssel schon? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung. Auf meinen Befehl. Wo dieser Schlüssel sein soll. Folg mir. Hat ihm vielleicht irgendein Tiermensch fallen gelassen? Ich habe es nicht gesehen, oder? Hier bin ich. Und was ist hier noch? Scheint ja auch eine ganze Menge zu sein. Hier. Auf meinen Kommando. Vorwärts. Ich mache es nachher so. Mein Held wird dann hier sein. Und ich suche den Schwerfels nochmal nach dem Magenkrempling ab. Irgendwo muss ich ihn erfinden. Wo ist der Feind? Vielleicht ist es auch hier noch irgendwo. Wir sehen da auch noch ein paar Spinnen. Gut. Dann bis zum nächsten Video. Dann bis zum nächsten Video.